Herzlich Willkommen hier bei WeLoveMMA zu einem neuen Stärken-Video. Heute sprechen wir über die Stärken von der Fist of Buddha, Mario Wittmann. Mario Wittmann steigt am 2. Oktober in den Käfig in Nürnberg. Also kommt vorbei, seid dem Publikum live dabei oder schaltet natürlich auch gerne live ein. Kommen wir aber zu den Stärken von Mario Wittmann und hier habe ich zwei große Stärken, die ich bei ihm bemerkt habe. Und die erste Stärke ist in meinen Augen ganz klar sein Mindset. Leute, Mario Wittmann heißt nicht ohne Grund The Fist of Buddha. Mit 19 ging er nach Japan. In Japan konvertierte er während seiner Kampfsportausbildung in einem Kloster zum Buddhismus. Und das muss man erstmal durchziehen. Und das alles mit 19. Mit 19 waren die allermeisten von uns zu Hause und Mario Wittmann war ganz ganz weit weg in Asien. Hat sich dort ausbilden lassen, ist zum Buddhismus konvertiert. Und das ist wirklich eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte. Davor habe ich auch sehr viel Respekt und maßgebend dazu kam dann eben auch sein Buddha-Tattoo auf die Faust. Deshalb auch Fist of Buddha. Und ich denke, dass vor allem in so relativ jungen Jahren eine so intensive Erfahrung einen sehr sehr prägt und einen wirklich für sehr viel wappnet. Dementsprechend sehe ich in Mario Wittmanns erster Stärke definitiv den Kopf. Das Mindset und das ist unfassbar wichtig. Jeder von uns weiß, Conor McGregor hat gegen Giussi Aldo im Kopf gewonnen. Dieser Fight war vor dem eigentlichen Kampf entschieden. Und ich denke, mit einem so bomben Mindset hat man definitiv einiges richtig gemacht. Als zweite Stärke, die wir auch im Fight gegen Dustin Stolzfuß bei Wheel of MMA gesehen haben, war natürlich sein Stand-Up. Mario Wittmann ist bekannt für sein wunderbar schönes Karate. Er zeigt auch in den Kämpfen, lässt er immer mal wieder seine Karate-Stands durchblitzen. Er bekam die Sportler-Ehrung für besondere Leistungen der Stadt Ingolstadt. Er war in der Top 10 bei einer K1-Weltmeisterschaft. Und das wird man nicht einfach so. Dementsprechend können wir uns wirklich darauf gefasst machen, dass wenn Mario Wittmann in den Käfig steigt, dann liefert er auch ein Feuerwerk im Stand-Up ab. Und genau das wollen die allermeisten von uns ja sehen. Und genau deshalb bin ich so auf diesen Fight gespannt. Allgemein macht er seit 24 Jahren Kampfsport. Dabei reden wir von Karate, Kickboxen, Brasilian Jiu-Jitsu, Muay Thai und Ring. Er hat überall auf der Welt schon trainiert. Japan, USA, Russland, Thailand, Ukraine. Und Leute, Muay Thai in Thailand zu trainieren, das macht dich zu einem wirklich guten Kämpfer. Und ich denke, das als Komplettpaket verspricht einem Feuerwerk. Bombenmindset von der Zeit in Asien plus jahrelanges Training im Stand-Up. Das wird ein richtig, richtig guter Fight am 2. Oktober. Und was meint ihr? Was sind seine Stärken? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video hier bei Wheel of MMA. Bis dahin. Ciao.